Hallo Leute und willkommen zurück zu XCOM 2. So, der eine Gegner hier ist eingefroren. Um den müssen wir uns noch kümmern. Und da haben wir noch einen Gegner mit zwei Trefferpunkten. Beim Valentine läuft aktuell noch die Serie. Ja, der hat hier ganz gut aufgeräumt. Und ansonsten haben wir noch Wirbert Ready. Also nur noch die zwei. So, und wir haben auch noch den Kletterhaken. Das Problem ist nämlich gerade, wir können den da hinten nicht erreichen. Der Kletterhaken würde da hingehen. Eventuell hätten wir dann hier eine Schusslinie, ja? Ich denke schon. Da hätten wir da auf jeden Fall eine Schusslinie. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir dann hier vielleicht diese Kante im Weg hätten. Könnte sein. Muss nicht. Könnte aber. So. Wir gehen einmal mit dem Kletterhaken da hin. Ja, es kostet halt keine Aktion. Und jetzt haben wir beide zum Target. Mal hier. Bitte sehr. Danke sehr. Und die Serie läuft weiter. So, jetzt bei ihm. Der hat so viel TP. Ja. Da machen wir acht bis zehn Schaden und der hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. So, jetzt gibt's Alternativen. Nämlich was machen wir mit Warbird? Also, wenn der Valentine angreifen möchte. Dann kann er das aus der Entfernung tun, aber auch im Nachkampf. Können. Können. Entweder. Das werden wir aber nicht machen, aber ich zähle es trotzdem mal als Alternative auf. Wir könnten mit Warbird hier nach vorne gehen. Einmal angreifen. Aufgrund des Schaffts würden wir dann mindestens drei Schaden machen. Wird aber immer noch nicht reichen, damit Valentine ihn rausnimmt. Was wir machen werden, wir werden sie selber auf Feuerschutz stellen, weil wenn er versucht, hier in der Kampfposition zu kommen, dann kann Warbird selbst noch schießen. Und wir werden das Hilfsprotokoll einsetzen. Das ist nämlich die verbesserte Variante. Und dann bekommt wir Valentine noch einen Reflexschuss. Und halt zusätzlich Verteidigung. Das ist der Standard. Aufgrund der verbesserten Variante mit Gefahreneinschätzung kann Valentine dann noch einmal schießen. Und Feuerschutz. So, jetzt greifen wir hier ganz normal an. Und... 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 Tja. Aber mit dem Reflexschuss zusammen sollte das zu 100% sicher sein. Von daher müssen wir den nicht einfrieren. Ich habe nicht auf die Munition geachtet. Weil sie nachladen müssten. Der ganz klar funktioniert jetzt nicht, weil ich nicht nachgeladen habe. Außer er läuft jetzt nach vorne und Warbird schießt. Er schießt mit der Pistole. Hehehe. 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 Ja, okay. Mit der Pistole kann er natürlich immer schießen. Einer erledigt. Noch tausende übrig. Hulisch. Hulisch. Hat der Plan doch funktioniert. Hehehe. Okay. So. Oh. Kann ich den nach oben scrollen sonst kann ich den nicht auswählen? Bossloses Nachtladen. Auf geht's! Ähm. Ist der Baum im Weg? Okay. Was ist da drüben? Beherrschung. Wir können den beherrschen. Psi-Angriffskraft plus 140. Grundchranks 50%. Und Wille minus 100%. Hehehe. Ja, aber wir haben ja das beste Psi-Verstärkungsmodul bei ihm eingebaut. Versuchen wir mal. Dein Wille ist schwach. Unter Gedankenkontrolle. Hehehe. Hervorragend. Okay. Dann haben wir hier nichts mehr zu befürchten. Können wir trotzdem angreifen. Ah, das machen wir nicht. So. Dann. einmal verbergen. Also wir setzen ihn als Scout ein. Und schauen wir mal. Ja. Position bestätigt. Bestätigt. Rücke aus. Okay. Da hätten wir noch eine Anhöhe. Wenn ihr Gegner sind, wäre es natürlich gut, wenn der Wellenten dann da drauf wäre auf dem Dach. Ja. Ist es auch sicher? Jep. Zonfire Shots. Los, zeigt euch! Boah, und die anderen Folgen. Ich bin gleich weiter. Oh, und die anderen Folgen. Ich bin gleich weiter. Ja. Er sollte jetzt natürlich nicht nach vorne laufen. Er ist ja nicht verborgen. Jawohl. So. Aufgetaut. Heißt, er hat keine Aktion. Immunitäten. Der Kodex ist immun gegen Feuer, Gift und Säure Effekte. Ja, das hat man in der letzten Mission gesehen, als der Flammenwerfer bei ihm keinen Schaden gemacht hat. Klonen. Der Körper eines Kodex ist eine extradimensionale Projektion. Wenn der Kodex Schaden erleidet, klont er sich, wobei er sich zu einem freien Ort in der Nähe teleportiert, um eine neue Manifestation seiner selbst zu werden. Zu erschaffen. Und dann haben wir die Psi-Bombe. Öffne einen psionischen Riss, der die Waffen aller Einheiten in seinem Radius deaktiviert und nach einer Runde innerhalb seines Radius Schaden verursacht. Ah, das haben wir auch schon mitbekommen. Leider mussten wir ja alle Waffen nachladen. Teleportieren. Kann sich selber teleportieren. Umgeht Feuerschutzfeuer und Reflexschüsse. Ja und Feuerschutz. Scheint wohl nicht nachladen zu müssen. Oder nein, er hat eine Munition. So. Ja gut, dann scouten wir mit ihm auf der rechten Seite mit dem Predator. Predator. Hier auf der linken Seite. Okay, ist noch einiges vor uns. Ich holke aus. Okay, die anderen holen aus. Da war der Kodex. Aber der Kodex. Ja gut, geht einmal rein. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Gedankenkontrolle passiert, wenn er Schaden erleidet und sich klont. Aber okay. Na hier erstmal Feuerschutz. Hier können wir noch einen Gefechtsscanner verwenden. Geht klar. Na mal da ein. Ich scanner. Okay, nichts entdeckt. Position bestätigt. Okay, bin unterwegs. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Garkeinheit. Schon unterwegs. Wir können ruhig einmal nachladen. Nachladen. Ein Grenadier. Schon dabei. Okay. Noch ein paar Insekten. Okay, der wird da hochlaufen. Okay, der wird da hochlaufen. Noch einmal da hin. Ich gebe mich zur Zielposition. Okay. 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 Wir kommen vor zum Ziel. Wir kommen vor zum Ziel. Okay. So, Kodex. So, Kodex. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Und einmal nach vorne. Los, los, los. Ah. Ah. Er sollte eine Reichweite des Zuges bekommen. Hier sind, glaube ich, keine Gegner. Dann könnte er sich mit dem Kletterhaken halt darauf schwingen. Was ist da drüben? Ja. Sogar auch auf die andere Seite. Sehr gut. Feuerschutz. Aktiviere Feuerschutz. Begebe mich zu dieser Position. Mehr gibt nichts. Okay. Befehl bestätigt. Immer noch nix? Und jetzt gehen wir mal mit der Swakkanet nach vorne. Bin auf dem Weg. Okay. Okay. Da hätte man mit dem Predator vielleicht nur einen Schritt weiter nach vorne gehen müssen. Dann hätte man die Augen sehen. Okay. Zwei Gegner. Ja. Der Fahrwahrscheinlichkeit. Gernadier. Wahrscheinlich zu weit weg. Okay. Aber er kann. Wie viel fehlt da? Moment. Ah. Okay. Doch. Noch ein ganz Stückchen. Okay. Ich stelle ihn jetzt da hin, auch wenn er keine Deckung hat. Begebe mich zur Zielposition. Begebe mich zur Zielposition. Begebe mich zur Zielposition. Ja. Richtig. Genau da kann er ihn noch erwischen. Dann lassen wir ihn erstmal mit der einen Aktion dort stehen und dann können wir ihn noch als Joker einsetzen. als wir jetzt was nicht hier rausnehmen können. Noch eine Aktion hier. Er reicht gar nix. Aber das ist ja so ein Superschutzobjekt irgendwie. Fee. Keine Ahnung. Dass er dadurch nix mehr sieht. Keine. Keine. Nichts sieht. Und auch nichts. Ähm. Da nicht lang schießen kann. So. Hoffentlich lohnt sich das. Der Psi-Soldat. Ah. Der ist weit weg. Er erreicht da wahrscheinlich gar nix. Paketenwerfer. Okay. Da könnte er natürlich. Soll man nicht machen. Ja. Da könnte ja wichtige Ausrüstung dran sein. Jetzt der Haken. Haken raus! So. Hundert Prozent. Und hundert Prozent. Also den kleinen kriegen wir auf jeden Fall raus. Wir können auch Konfrontation einsetzen. Schnelle Hände. Park-Einheit. Einmal versuchen. Sie wurden nicht getroffen. Woodex? Ja. Mal da ein. Ah, viel zu weit weg. Der Axtwurf trifft. Moment. Ja, ich hatte gedacht, da würde niemanden im Visier haben, weil da drüber nichts steht. Okay. Also. Der Granadier ist unser Joker. Er kann ja doch noch was erreichen. Und dann haben wir noch den Wellen-Time. Und das war's, oder? Die drei. So wird auch noch. Das Protokoll. Ja. Bin unterwegs. Ja gut, das ist unsere eigene Einheit. Das machen wir nicht. Also Hilfsprotokoll können wir noch einsetzen. Also Hilfsprotokoll können wir noch einsetzen. Das ist unsere eigene Einheit. Sorry, Leute. Also es stimmt doch. Also wir können hier nicht angreifen. Wir können aber... Steuerschutz geben. Oder mit der Schredderkanone. Mal schauen. Die Schredderkanone... Auf die Einheit. Verschwinde! Okay. Sie sehen mich. Ja, das war klar. Ja, hundertprozentig. Aber da trifft er den Turm nicht. Ah, und der kommt nicht weit genug. Mit dem Raketenwerfer wahrscheinlich. Ja gut, dann fahren wir jetzt hier einmal auf den Turm. Turm rausgenommen wahrscheinlich. Ja gut. Und dann hier hundertprozent. Okay, einen hab ich erwischt. So. Hier Hilfsprotokoll. Und Pistolen-Fahrschutz. Fahrschutz. Okay, und das war's. schon unterwegs zum glück wurden die nicht in der letzten runde getriggert haben wir hier im klettern eingegangen werden zack und gegner meine ich waren das jetzt immer ja nur drei gerade aber es war noch zwei mehr sein okay da haben wir wieder was zum ausdüfteln ziehbomber gegen einwaffnen ja gut die müssen dann einmal nachladen trotzdem ganz nette angelegenheit machen ich weiß nicht ob wir da auch gegenstände zerstören oder ob das nur oder feinde betrifft also trotzdem einfach einmal hier rein ach weit entfernt ja gut wenn noch weiter nach vorne laufen vielleicht jetzt dann 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 Okay. So, das waren nur die zwei Gegner hier treffen. Eine Waffe deaktiviert. Sprengzönder. Ja, Emittationsgeld hätten wir natürlich auch noch. Nur Lanze. Okay, der Grenadier, der könnte natürlich anfangen. Schwierig, schwierig. Fünf Gegner. Und der Wellenteil trifft aktuell gar nichts. Aber er kann natürlich Konfrontation einsetzen. Wenn wir ihn dahin bewegen, dann kann er hier wahrscheinlich vier Gegner treffen. Das wäre schon ganz gut. Vor allem wüssten wir dann genau, was die Sache ist. Also ich bewege ihn mal dahin. Ach, die waren noch gar nicht getriggert. Okay. Gut. Ja, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen verdauen und sacken lassen, ja? Hehe. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, Leute. Bye-bye.